Dieses Jahr wollen wir uns mit der neuen Serie Connect R insbesondere auf das Thema Kartuschentechnologie fokussieren und realisieren dabei einen schönen, sehr, sehr schlanken Armaturenkörper. Also Armaturen sind ja nun mal ein starkes Designthema und wir haben hier in Zusammenarbeit mit einem italienischen Designbüro mit der Connect R eine wirklich schöne neue Serie aufgelegt. Das herausragende Merkmal ist der schlanke Armaturenkörper und der Einsatz einer neuen 25 mm Kartusche. Die Kartusche ist ja sozusagen der Motor einer jeden Armatur und Idealstandard hat diese Kompetenz bei sich im Haus, das heißt wir fertigen unsere Kartuschen selber. Generell ist es so, dass diese Armaturen-Serie in zwei Versionen geliefert wird, für den Showroom mit der 25 mm Kartusche, eine sehr schöne elegante Ausführung. Aber auch für das Projektgeschäft, wo es gerne etwas robuster sein darf, bieten wir auch die 38 mm Kartusche an. Unsere Kartusche ist besonders langlebig, sie hat über 500.000 getestete Zyklen. Ein Zyklus besteht in der Regel aus bis zu neun Hebelbetätigungen, das heißt diese Armatur mit der neuen Kartusche hält ungefähr viereinhalb Millionen Betätigungen stand. Wir bieten Armaturen-Serien immer in allen Ausführungen an, das heißt es gibt das Standventil, es gibt den normalen klassischen Waschtischmischer, es gibt den Grande, das ist der große Waschtischmischer und auch für freistehende Aufsatzwaschtische bieten wir ein schönes Modell an. Ich bin sicher, dass die Connect Air, zu der es auch eine passende Keramik am Markt gibt, so sie ihre Liebhaber am Markt finden wird.